Aber ich will Neues sehen. Nicht, dass man kein neues kennt, sondern Neues. Also ich bin gerade nebenbei noch so ein bisschen am Pixelmonzocken, weil Langeweile. Was sind hier? Leute, die Bier trinken? Was ist... okay. Was ist das? Mario Party! Nein! Super Mario Party! Geil! Hey, was geht? Was machst du? Ich bin flit! Ich hoffe nur, dass ein D-Cub das jetzt nicht vergeigt, aber hey. Hey, interessante Ideen mit mehreren Switch-Konsolen. Mario Party! Ich fang mal an zu tanzen in meinem Hype Train. Ich ist da! Hey, das ist interessant. Also ins Vögelbisschen macht für jede... für jede... für jede Ausraster... wo es übersteuert. Aber das ist bei der E3 einfach nichts anderes möglich. Kann man jetzt Nintendo Switch-Konsolen eins kaufen? Wow! Eine noch. Eine noch. Wir sollten eine noch machen. Re-Mass. Alter! Nice! Also my party is immer nice! Mach uns fettes... fetten Daumen nach oben! So lange... also vor allem, das sieht doch sogar auch noch witzig aus! Finde ich so wie die ganzen D-Cubes heiße! Das sieht lustig aus! 5. Oktober 2018! Oh!